Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Wir schalten mal direkt um. Tada. Zu mein Gott. Ähm, das wollte ich nicht. Moment. Nein. Das wollte ich nicht. Ich muss nur was nachgucken. 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 Komm. Come on. Schneller. Aber zackig. Ich muss nur was nachgucken. 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 Achja, du bist immer noch der eine Wolfie. Cool. Jetzt haben wir endlich eine große Wild. Bienen direkt nachgucken. Oh, zwei Wolfis. Du hast hier einen Partner gesucht. Hä? Ich muss nur was nachgucken. Ich muss nur was nachgucken. Ohne Hände. Oh, da drüben gibt es Filz. Cool. Können wir die Welt doch noch retten? Wäre zu traurig gewesen um diese Welt. Wir gehen nur um ein bisschen erkunden. Und Sammelerden. Oh. Ja. Deutsch kann ich auch wieder. Perfekt. Wo kommst du denn Huhn her? Oh. Deutsch. Ich glaube, ich soll heute nicht mehr reden. Oh. Oh. Wir können uns noch mehr Glas machen. Wir dackeln hier einfach mal nur so rum und gucken und ein bisschen, was man so findet. Hallo Huhn. Akropos Huhn. Hier, sieh mir zu. Oh. Entschuldigung. Wir können ja immer noch da meine Hütte ausbauen. Okay. Noch ein Huhn. Ich lebe hier in Gaktiger. Äh. Nachbarschaft. Solange die Nachbarschaft nicht gefährlich ist, ist alles gut. Oh. 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 Sammeln wir rein. Was gibt's noch hier darunter? So lange nicht darunter eine Höhle ist oder was? Mir ist das egal. Ups. Ich verlerne. Ich verlerne immer, ähm, wenn man rennt. Ich frage. Und dann nehmen wir hier noch mehr Kohle. Und dann nehmen wir hier noch mehr Kohle. Ha. Bim Bomb vom Teufel spricht. Wie? Was war das? Ein Huhn. Ja, ja. So viele Hühner in der Nachbarschaft. Das hätte auch tiefer sein können. Vielen Dank. Für diese guten Gaben. Oh, der Händler wieder. Oh, Sumpf. 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 Was ist denn? Bäh. Was ist denn? Ach, da seid ihr. Ich höre es nur mähen. Wie so ein Rasenmäher. Mäh, mä, 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 mä. Wird man mal als Sound für Rasenmäher machen. Mäh, mä, mä, mä. Und warum fällt hier Schnee runter, wie er hat? Hallo. Bonjour. Entschuldigung. Hi. Ja, geh mal durch. Jetzt darf ich nicht geschubst werden. Verstanden? Ich lass dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Oh. Hallo, Huhn. Oh. Bäh. Sind wir eigentlich noch mehr zu essen dabei? Ja. Okay. Nicht, dass wir schnellstmöglich nach Hause müssen. Sonne steht noch gut. Wir langsam wieder Hunger kriegen. Hi. Das Trio. Trick, Trick und Track. Wollte Wollfies! Fall nicht da runter! So viele Wölfe. Ja genau, euch meine ich. Von euch spreche ich. Ja. Love! Blöd Mann! Keiner mag dich! Lass mich in Ruhe! Stifte mir einfach mal den Hintern! Da habe ich nicht drum gebeten, der Herr. Da hat keiner nachgefragt. Was macht das Teil? Peace. Peace, Fletcher. Oh, da war er. Schon wieder. Ich sehe dich, mein Freund. Haben Sie nicht gesammelt? Wir müssen einfach nach Hause. Okay. Ach, Herr! Lassen Sie mich mal in Ruhe! Schauen Sie auf zu stalken! Lass mich in Ruhe! Lassen Sie mich mal in Ruhe! Lassen Sie mich mal in Ruhe! Upsa. Ich glaube, wir müssen mal wieder Fleisch sammeln. Aber erst jetzt nach Hause. Und zwar zackig. Ne. Wenn man vom Teufel spricht. Upsa. Ich habe hier noch so drin Sand. Jede Menge Sand. Ah, nicht. Erd. Erd. Ich weiß nicht. Kann ich irgendwo verbrauchen. Ähm. Theoret. Kies. Bruchstein. Glas. Bruchstein. Kohle. Oh, wir haben echt viel Kohle. Türen haue ich vielleicht mal. Eisen. Ähm. Was können wir eigentlich hier mitmachen? Okay. Einschmerzen können wir dich nicht. Was können wir mit dir machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir machen uns mal einen Helm. Und dann war es das schon. Okay. Dann haben wir bisher nur einen Helm. Klar. Ich weiß nicht. Okay. Wie weit? Ich weiß nicht. Bei Wochen. Wie weit? Also so weit kann ich hier nicht bauen. Ich würde das gerade gerne, also schon nicht durchbauen. So, dass man von allen Seiten Licht hat. Hallo Schaf, komm nicht zu nah. Komm den Wölfen nicht zu nah, sonst bist du platt. Komm den Wölfen nicht zu nah. Ich gehöre. Ich würde hier gerne das Täler machen und ich will noch eine weitere Etage. Dann fällt die Hunde auf den Boden. Gleich zerspringt sie wieder, nicht erschrecken. So, die Biene wieder. Warum irritieren die mich so? Okay, hier sind wir schon durch. Und da auch. Tun wir mal eine Piste auf. Ich kann nicht mehr haben. Noch mehr. Ups. Nein, natürlich nicht. Okay, who cares. Kann wir bauen. Eins. Zwei. Äh, ne, ne, ne. Eins. Zwei. Drei. Drei. Okay. Ich bin auch doof. Aber egal. Jetzt habe ich vier Schaufeln. Gut. Das ist doch wurscht. Ich muss mich irgendwo nur entscheiden, wo ich noch eine Etage reinziehe. Weil, wie gesagt, das würde ich gerne tun. Geht die Sonne schon wieder unter? Nein, sie verarscht mich nur. Passiert. Öfter mal. Nein, ich verschwinde das Licht jetzt. Vernodigt. Da bist du wieder. Jetzt auch mal hin. Hä? Ich bin da in der Ecke angekommen. Ey, was haben Sie in meiner Wohnung zu suchen? Sie Schwein. Aha, Wortwitz. Hallo, Fackel. Da fackeln wir nicht lange, hm? Hab ich's gerade... Also nicht zischen, sondern, ähm... Da, 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 da... Ja, doch, es ist schon irgendwie zwischengehört. Wie von der Spinne. Oh, vielen Dank. Es war echt traurig, der... Hi. Der Tiere wegen? Es tut mir leid. Auch bei Ihnen. Ich brauch das Fleisch. Sonne, hier ist langsam runter. Hallo. Hallo, du da. Du da. Genau vor mir da. Ach, auf Singen reagierst du? Gut. Wo ich den Text noch nicht... Was er irgendwie gut umformuliert hat. Ach so, by the way. Joa, jetzt halbe Stunde schon im Stream und jetzt sag ich's mal einfach an. Ist auch doof. Das lade ich auch vielleicht hoch so bei... Also jetzt müsste ich erstmal das, was wir vorher hatten, holen. Dann lade ich das auch hoch auf YouTube. Also wer sich wundert, was mit... Also wer sich wundert, was mit... ...dem alten... Ähm... Ich weiß... ...der alten Welt passiert ist. Die ist momentan pausiert. Da kann man ja irgendwann mal wieder reinschnuppern. Aber die ist momentan pausiert. Und es wird erstmal hier weitergebrochen. Sonne! Inni, Sonne! Alle nocturnalen Personen. Habe ich denn genug Holz, um mir Kisten zu basteln? Nein?